Da sind wir wieder bei Baba is You und wir haben vom letzten Mal noch ein Level offen beim guten Rocket Trip. Das wollen wir natürlich heute gelöst bekommen. Das Problem ist allerdings, also wenn ich hier mal rüberschalte, das ist ja dieses Level hier, das ist ja dieses Bonus-Level, wo man die Wörter navigieren muss, weil die ja die ganze Zeit runterfallen. Und ich bin ja beim letzten Mal auch mit den Tipps nicht weitergekommen. Ja, das liegt vor allem daran, dass ich herausfinden musste, dass die Tippseite mal wieder eine ältere Version dieses Levels hat. Das Level wurde nämlich verändert, nämlich die Wand wurde erhöht und dadurch hat sich tatsächlich wohl die Lösung geändert. Ich habe keine neuen Tipps gefunden und ich weiß immer noch nicht, wie das gehen soll. Deswegen habe ich tatsächlich mal in die Lösung reingespickt und selbst die Lösung ist total verwirrend. Wir versuchen jetzt mal die Lösung nachzubauen und gucken, ob ich es irgendwie verstehe, diese Lösung aufzubauen. Weil selbst das kapiere ich nicht so ganz. Es fängt nämlich an schon mit From Star is Push, Where Run from... Star is Push, Where Run of the Text is on the Belt. Das heißt, wir müssen Star is Push hier unten aufbauen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, wir müssen aber dafür sorgen, dass Push vorne ist erstmal. Dann muss Push da drauf. Das funktioniert ja, weil Text float ist. Dann müssen wir das Ist da hinschieben. So, soweit so gut. Das habe ich tatsächlich noch verstanden. Da hänge ich noch nicht fest. Dann müssen wir formen, das ist Weak on the Top Plattform. Also hier, das haben wir ja auch beim letzten Mal tatsächlich hinbekommen. Also das dann zu formen. Aber ich mache es gerade schon wieder falsch, sehe ich. So ging das nämlich. So, da haben wir das ist Weak. Jetzt können wir den Stern da rausholen. Da steht übrigens nicht, dass man jetzt den Stern da rausholen soll in der Lösung. Weshalb auch immer. Aber ich schätze mal, man sollte den Stern jetzt da rausholen, weil als nächstes steht Form Moon Stern Win. Form Moon Stern Win. Da weiß ich jetzt schon nicht, ob ich das überhaupt hinbekomme. Ironischerweise. Doch, kriege ich hin. Das müsste ja dann so sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Dann heißt es Then from Dust is weak. Horizontally on the top of that, so is So is is Also, nee, so soll das aufgebaut sein. So. Jetzt kommt Break Den Dust, der den Mond beschützt. Und jetzt kommt nämlich das Verwirrende. Deshalb ich nicht verstehe, wie diese Lösung gemeint ist. Ja, um nämlich jetzt ja diesen Dust zu brechen, müssten wir ja jetzt da durch. So, dann haben wir jetzt den Dust da gebrochen. Aber der Mond ist ja immer noch nicht Win, ne? Ähm Jetzt soll man nämlich Star is Also, Star is Push Breaken. Also so quasi machen. Aber was bringt mir das denn jetzt? Ist die Frage. Weil ich komme ja auch nicht wieder raus, um dann noch irgendwie Moon is Win aufzubauen. Deswegen Ist die Lösung Auch sehr, sehr merkwürdig. Aber wir gehen mal eben zurück Bis zu dem Punkt, wo wir auf der Seite sind. Überlegen wir jetzt mal ganz kurz. Wie kriegen wir das denn jetzt noch hin? Dass wir jetzt noch Dust is weak plus Moon is Win da stehen haben. Das ist ja das Problem, was wir mit diesem Level haben. Ich gucke hier nochmal, ob hier noch was anderes bei steht. Ne, da steht nichts anderes bei. Aber wenn du Brakes down Und das ist Das ist Bursch. Ha Ah ne, das kriegen wir nicht Genau, weil bei der alten Variante Wo auch die andere Lösung Nämlich aufgespielt hat Ist nämlich Fehlt hier nämlich Ein Stück der Mauer Und so kriegst du die Wörter Immer noch darüber Was hier ja nicht klappt So, wir sind jetzt soweit Aber wie Wie kriege ich das Level denn jetzt gelöst? Also das Kommt aus der Lösung Irgendwie nicht so ganz hervor Das kriege ich aus der Lösung Nicht so ganz Vor Ah, warte Ah, okay, doch Ich verstehe es jetzt Ähm Form Moon Star Win Horizontally Then from Dust Is we Horizontally On the top of that Ah, okay Okay, ich habe mich verlesen Entschuldigt, entschuldigt, entschuldigt So Wir sollen hier Moon Stern Win Form Ah, okay Ja, ja Jetzt macht das Sinn Genau Moon Stern Win Und dann Geht hier das Weak Nach unten Das ist Das Dust Das Dust Jetzt nach links Ah, jetzt macht das natürlich Sinn Weil jetzt können wir hier tatsächlich durch Den Dust hier zerstören Und wenn wir jetzt Da ist Push Breaken Fällt das Ist runter Oh Gott Yay Wir haben es geschafft Area completed Alter Das ich da nicht drauf gekommen bin Jetzt Jetzt wo ich es wieder Okay Ich bin ja echt dran verzweifelt Ich bin da ja echt nicht drauf gekommen Aber dann sieht man die Lösung wieder Und dann denkt man sich nur so Warum Warum bekomme ich das nicht hin Ich hasse diese Momente Aber das macht das Spiel auch so ein bisschen aus Also Rocket Trip Und schauen mal was Und schauen mal was uns hier erwartet Hier kamen neue Befehle hinzu Da haben wir uns beim letzten Mal glaube ich schon angeguckt Ähm Was war denn hier neu Genau On KK on Grass In dem Fall Gucken wir uns erstmal An Was Sache ist KK on Grass Is defeat KK 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 Is not you KK Is open KK Is push Ach Key is open Key is push Sorry Wall is stop Door is stop Door is shut Flake is win Also wir müssen wieder die Tür aufschließen Mit einem Schlüssel Die Wände lassen uns nicht durch Wir können nicht zum Gras werden Wir sind KK KK kann sich auch nicht verwandeln Und KK on Grass Is defeat Das bedeutet wahrscheinlich Dass wenn wir hier drauf gehen Ja Ist defeat Okay Das heißt wir müssen das doch wahrscheinlich erstmal jetzt aufbrechen Ne Okay das ist ja leicht Weißt du wenn ich jetzt sage KK on Grass Is key Verwandeln wir uns dann zum Key Ja Verwandeln wir Deswegen funktioniert das auch nicht Weil KK sich nicht verwandeln darf Ähm Wir können aber sagen Grass ist key Ah wir kommen jetzt ja nicht hier durch Genau Wir kommen hier nicht durch Denn Wir sind ja key Wir können aber Sagen Jetzt da wir ja den key schon haben Key is you Also wenn wir es so geschoben bekommen Dass das auch funktioniert So Key is you Ist die Tür auf Wir kommen mit einem Schlüssel Raus Okay Jetzt ist natürlich wieder das Problem So jetzt aber Ja jetzt müsste das verklappen Oder Ja So haben wir gewonnen Okay das war leicht Okay Ähm Das Gas zum key machen Und dann mit dem key sich navigieren Gut was haben wir hier Achso ich bin jetzt bei Level 3 Eigentlich bist du nur zu Level 2 rüber Egal machen wir jetzt erstmal hier Level 3 fertig Ähm wir haben flag is win Door is shut Door is stop Key is open Key is push Also wir müssen wieder die Tür mit dem Schlüssel öffnen Rock is push Belt is push Ähm Wall is stop Baba is you Rock on water is key Also wenn wir den Stein aufs Wasser bekommen Wird der zum Schlüssel So weit so gut Wir können die Fließbänder pushen Und wir können den Stein pushen Die Wände halten uns wieder auf Und wir haben Einfluss auf Belt is push Und Rock is push Darauf können wir Einfluss nehmen Okay das bedeutet aber dass wir hier Solange Ups So sorry Solange Belt is push ist Kommen wir da natürlich nicht lang Also müssen wir Belt is shift machen Wir müssen auf jeden Fall Belt is shift machen Und dann den Stein da rüber bringen Aber dann ist halt die Frage Wie kommen wir da wieder raus mit dem Schlüssel Dafür brauchen wir das on wahrscheinlich Wir müssen wahrscheinlich irgendwie sagen On Belt Okay wir machen wir erstmal folgendes Wir machen jetzt erstmal Weil es ist Ah wir können doch hier Ah warte wir können doch hier einfach sagen Aus quasi Das alles aus machen Können wir den hier zumindest schon mal durch pushen Theoretisch Ne können wir nicht Denn Dann Wir können den Stein bis da schon mal bringen Jetzt sagen Belt is shift Dann geht der Stein jetzt Nach da drüben Das brauchen wir aber noch Rock is push Um den da rüber zu bringen Ich würde jetzt gerne mal herausfinden was passiert Wenn ich sage Rock on Belt is shift Einfach nur mal gucken was dann passiert Also gleich wenn wir zurück gehen Mit dem Stein Versteht sich Ansonsten Sagen wir jetzt hier Rock is push Gehen dem Stein hinterher Haben wir jetzt Schlüssel Ah jetzt ist das ja ein Schlüssel Jetzt ist das ja gar nicht mehr Rock Ich verstehe Ich verstehe den Befehl Rock on Belt is shift Das heißt Also es ist nicht nur so Dass der Stein Wenn er auf dem Fließband ist Sich bewegen lässt Nein Es sorgt auch dafür Dass das Fließband nur shift ist Wenn ein Stein da drauf ist Das ist interessant Okay Ich lerne diesen Befehl Ich lerne den Befehl Gut Okay wisst ihr was Wir machen jetzt folgendes Wir machen jetzt mal nicht 1,2,3,4,5 Sondern wir machen jetzt erstmal Diese Fläche hier fertig Weil die ist anders farblich Gerade bei Rocket Trip War das auch so Dass wir zwei Verschiedenfarbige Pfade hatten Wo verschiedene Befehle Eingeführt wurden Damit ich nicht die ganze Zeit Und her springen muss Würde ich sagen Wir machen jetzt erst Den rechten Pfad fertig Mit dem On Befehl Und gucken dann Was auf dem linken Pfad Auf uns wartet Okay Machen wir hier mal weiter Relaxing Spot Relaxing Spot Was haben wir denn hier Wir haben Hedge ist Stop Baba ist U Rock ist Push Belt ist Shift Water ist Zink Text ist Float Also okay Die Hecken lassen uns nicht vorbei Wir sind Baba Den Stein können wir pushen Das Fließband läuft Das Wasser Ertrinkt Sachen Und der Text Ist wieder über allem anderem Was haben wir noch Also wir kommen dadurch Nicht an Water ist Zink Wir kommen nicht an Text ist Float Ran Nicht an Bad ist Shift Nicht an Baba ist U Nicht an Hedge ist Stop Wir kommen also nie an den Hecken Vorbei Wir werden immer Baba bleiben Wir werden Das Fließband wird immer laufen Das Wasser wird immer Sachen ertränken Und der Text wird immer Float sein Alles klar Wir müssen noch da oben Wir müssen diesen Stein Nach da oben bringen Schätze ich mal Wir haben noch ein Keke Ein On Und ein Text Gucken wir mal kurz Was passiert Wenn jetzt Wir den Stein einfach da hinschieben Ne Sind wir mal Hä Ah guck mal Das hier steht Das ist ja auf Wasser Da Seht ihr Das ist auf Wasser Okay Das ist auf Wasser Und wir kommen hier gerade Nicht mehr raus Okay Wir kommen hier gerade Nicht mehr raus Das ist auch schon mal Interessant Machen wir mal ein Restart Keke Text Und On Haben wir Was ist wenn wir sagen Keke On Hm Wir können halt Kekes Tags machen Aber dann Ist das Level verloren Weil dann Gibt es auch kein Baba is you mehr Ne Dann haben wir ganz ganz viele Kekes Aber Ging halt nix Ach Falsch rum Falsch rum So Wie kriegen wir das hin Arte Texas Float Bedeutet nicht Dass wir das an der Hecke Vorbeikommen Ne Das war es nicht Das hatte ich nämlich Gerade eine andere Überlegung Aber das war es nicht Das bedeutet auch aber Dass wir den Stein Ah ne der Stein Ist ja gerade sowieso nicht Push Wartet mal ganz kurz Ich hab ne Idee Ich hab ne Idee Wir pushen jetzt erstmal Den Stein da durch Nein Nur Den Stein Dann Sagen wir Jetzt einmal Also das geht jetzt hier mal kurz aus Und jetzt sagen wir Passt auf Nein Nicht ganz an den Rand Bitte Keke Ne So Text On Rock Is Keke Ey Text On Rock Is Keke Was null Sinn macht Wieso Wieso Achso Weil wir das ja durch Ah Weil der Text wird nicht Verfließband Benutzt Nein So nicht Erst das Text On Keke Is Rock Jetzt haben wir dann Keke Wir können dann nicht mehr Sagen Keke Is Push Wir können nicht mehr sagen Kekes Push Ist das Problem Wir können uns jetzt hier Ganz ganz viele Kekes erschaffen Ah ne Weil Keke Das ist scheinbar Das was als Das was als Letztes Die Ebene drüber ist Macht da was Okay Überlegen wir mal ganz kurz Wir können hier Ein Wasser weg machen Mit dem Rock Können ein Wasser weg machen Können ein Wasser weg machen Was muss auf was sein Damit dann Etwas passiert Etwas passiert Moment Moment Ich hab da Eventuell Machen wir das noch mal Ganz kurz Ich hab da eventuell Doch ne Idee Noch ne Idee Machen wir das hier Nochmal Ganz kurz Text on Rock ist Keke Jetzt haben wir da Ein Keke Aber ich komme an Das ist nicht mehr ran Das ist das Problem Oder kann man das auch Andersrum machen Also rock Ist push On Text Funktioniert das auch so rum Ne da passiert scheinbar nix Also die Reihenfolge Funktioniert scheinbar nicht Mit dem Befehl Okay Die Reihenfolge Funktioniert nicht Die Reihenfolge Funktioniert nicht Was Könnten wir mit dem Unbefehl machen Vor allem das Fließband Ist zeitnervig Wir müssen halt alles schon Fertigmachen Bevor wir nach rechts Gehen Wir kriegen das aber auch Nicht irgendwie hin Dass wir da Sachen doppelt stehen Oder Also das wir quasi Aus einem zwei machen Aus einem Stein Zwei Kekes Das kriegen wir auch nicht hin Oder Doch wenn wir Also wir könnten Theoretisch aber das Problem ist Wir kriegen den Stein ja nicht Mit nach da oben Wenn wir sagen würden Rock ist Keke Und Text Und dann der Stein da oben Drauf gehen würde Dann würde er zu Keke werden Und Keke ertrinkt Aber das Problem ist Wir kriegen den Stein ja dann nicht Dahin Wenn wir den Befehl aufbauen What ist dasود忍? Hmm 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 Also wir können halt noch sagen, Rock on Text ist Keke. Das wäre halt noch eine Möglichkeit. Also dann müssen wir hier hinschieben. Haben wir da jetzt ein Keke. Das bringt uns jetzt auch nicht so viel weiter. Also dass wir jetzt halt sagen können, Keke ist ein Push. Können wir halt Keke pushen. Dann haben wir die gleiche Situation, nur dass wir jetzt den Stein halt zu Keke gemacht haben. Dann haben wir die gleiche Situation. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon wieder auf dem Schlauch stehe. Was übersehe ich? Was übersehe ich? Was übersehe ich? So sterben wir halt, ne? Wenn wir sterben, haben wir nichts, was für uns übernimmt. Wir brauchen halt hier, wenn wir hier ein Wasser wegmachen, brauchen wir halt etwas anderes, womit wir dann das hier verschieben können. Wir kriegen ja nichts. Ah, Text on Keke ist Push. Das heißt, der Text wird erst zu Push, wenn er auf Keke ist. Und wenn ich das mache, dann kann ich den Text noch auf Keke draufschieben. So, wenn ich das jetzt rausnehme. Und ich qui- Untertitelung des ZDF, 2020 Nee, dann sind die immer noch nicht übereinander Ziehe ich ja auch nicht jetzt hier Wieso kriege ich das jetzt da nicht drauf? Was muss ich machen? Ich müsste Kekes Push deaktivieren So könnte ich zwar jetzt da drauf schieben, aber dann blockieren mich trotzdem andere Wörter Und dann blockieren mich trotzdem andere Wörter Aber ihr versteht, was mein Ziel ist, ne? Dass wir quasi ein Wort auf Keké haben Und beides schieben können Dann hätten wir nämlich die Möglichkeit Beides Zu erreichen Aber wie kriegen wir das hin? Wie bekommen wir das hin? Weil wenn ich jetzt sage Ja komm, zieh mal das Rock da weg, bitte So, geht doch Wenn ich nämlich jetzt sage So ist Keké ja kein Push Lass mal Keké da stehen Lass mal hier, dass Keké ist raus Ne, das ist Warte, wenn ich sage Warte, warte kurz Keké Hier ist Push Ne, ach, Text ist Push Ne, dann gehen wir auch durch Warte, nochmal eben hier Text on Keké ist Push Funktioniert auch nicht, ne? Ne, dann gehen wir auch direkt ein Komplett durch Wie kriegen wir das hin Keké auf das Fließband zu stellen Ohne dass Keké vom Fließband bewegt wird Ich glaube ich hab's Wir müssen, so Jetzt müssen wir sagen Keké on Text ist Push Keké on Text ist Push Weil Gears für Keké noch nicht bewegt Wie machen wir das? Und meine Überlegung war, dass wenn wir sagen Keké on Text ist Push Dass wir dann Keké einen nach vorne schieben können Aber dann Keké kein Push mehr ist Und deswegen vom Fließband nicht bewegt wird Weil Sachen, die kein Push sind Werden vom Fließband nicht bewegt Und der Text in dem Fall nicht, weil der Text auch drüber liegt Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe Kann auch sein, dass ich mich komplett irre gerade Ähm Wie bekommen wir das jetzt hin? Jetzt sagen Keké on Text ist Push Das würde aber auch keinen Sinn machen, oder? Das würde halt auch keinen Sinn machen Weil wir müssen ja Keké auch erstmal auf den Text pushen können So gehen wir halt durch Keké durch, ne? Wie bekommen wir Keké jetzt da auf den Text drauf? Musik 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 Wieso funktioniert das nicht, wie ich es mir gedacht habe? Wieso klappt das nicht, weil ich beides durchschiebe, ich möchte aber den Text nicht pushen. Weil Text float ist, haben wir das Problem, dass der halt nicht übergeht. Aber nur damit ich jetzt nicht gerade irgendwie kompletten Fehler mache, aber wir können mit dem Text den anderen Text pushen. So, deswegen einen anderen Text mit rüber nehmen. Deswegen einen anderen Text mit rüber nehmen. Kiki und Text ist push. Das bedeutet, Kiki kann nur gepusht werden, wenn Kiki auf einem Text sich befindet. Das bedeutet, Kiki kann nur gepusht werden, wenn Kiki ist. Wir können halt auch nicht so viele Wörter da durchschieben, weil wir uns sonst selber blockieren. Text und Kiki hat ja auch nicht funktioniert. Das hatten wir ja gerade noch ausprobiert gehabt. Also, dass der Text, wenn er auf Kiki ist, gepusht wird, weil das Fließband ignoriert ist ja trotzdem, weil der Text ja immer noch eine Stufe drüber ist. Kiki ist halt gerade kein Push. Das ist ja auch noch das Problem. Das ist ja auch noch das Problem. So ist halt Kiki, Kiki überholt den Text. Wie schaffen wir, dass Kiki nicht den Text überholt? Wenn so lange Kiki push ist, haben wir auch das Problem. Noch kurz zum Restart. Dann müssen wir jetzt halt mit dem Stein und nicht mehr mit dem Kiki arbeiten, aber kommt ja auf dasselbe hinaus. Denn das Problem ist ja, dass der Text, dass der Stein, solange er push ist, den Text auch pusht. Das heißt, der Text muss erst auf den Stein und dann kann der Stein wieder zu Push werden. Erst dann kann der Stein wieder zu Push werden. Dann kann ich gar nicht mehr mit dem, sondern haben. Dann kann ich jetzt auch noch das Ding ein paar Links anziehen. Dann kann ich einen machen, aber ich konnte auch noch klein sein, weil ich auch noch nicht mehr mit dem Glass, spiele in Zeit. Dann kann ich noch mal ein paar Stunden, bis ich sie wiederholfen, habe ich es gut gemacht, habe ich jetzt nicht genug gesagt. Ich bin ein paar Minuten überholt. Dann kann ich auch noch einmal ein paar Minuten nachdenken. Dann kann ich dann auch noch mal ein paar Ruhige holen. Dann kann ich mal einen innen Mannscher her. Dann kann ich ein paar Jahre mal ein paarس hier und dazu, den Text auch noch gut aus. Dann kann ich mich wiederholfen. So bringt uns das halt auch nix. Weil ab hier wird der Stein wieder schneller als der Text sein. Ja. Wieso macht... Der ist halt schneller, weil der Text halt nicht vom Fließband beeinflusst wird, weil der Text float ist. Deswegen ist der Text schneller als der Stein. Der Stein schneller als der Text. So rum. Sorry. Der Stein schneller als der Text. Wie machen wir das? Text on Rock bringt auch nix. Das hatten wir gerade auch schon ausprobiert. Das Problem ist, wenn ich jetzt noch einen halt... Ja, wenn ich jetzt hingehe... Dass ich weiter durchpusche, ist halt das Problem. Wieso hat das jetzt geklappt? Wieso hat das jetzt geklappt? Das hatte ich doch gerade... Jetzt mal ernsthaft. Das hatte ich doch gerade 1 zu 1 auch mit Keke. Und bei Keke hat das doch nicht geklappt. Die Situation. Also warum das jetzt gerade funktioniert... Klar, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es vorher nicht funktioniert hat. Weil jetzt ist es so, wir pushen den Text... Der Text geht auf den Stein. Dadurch wird der Stein auch zu push. Und wir werden dann halt weiter katapultiert. Und so werden die beiden zusammen auf einen Haufen gestellt. Und dann können wir das machen, was ich hier vorhatte. Also wie gesagt, ich weiß, warum es funktioniert. Ich bin mir nur ziemlich sicher, dass wir das gerade auch einmal mit Keke hatten und es dann nicht funktioniert hat. Bin ich mir ziemlich sicher. So, wir machen jetzt natürlich direkt das Bonus-Level hinterher davon. Jetzt mal kurz gucken, was hat sich hier erinnert. Wir haben ja auch einen Skull dabei. Hedge ist Stop, ist genauso wie vorher. Baba ist Use, so wie vorher. Rock ist Push. Ja, Keke ist Text. Okay, zur Zeit ist es noch Keke ist Text. Das können wir aber auflösen. Bird ist Shift. Ja, Water ist Sink. Ja, Text ist Float. Ja, Skull ist Defeat. Skull on Keke. And Rock is Weak. Aha. Okay. Also wenn wir jetzt Keke und den Stein zusammen auf den Skull bekommen. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Ist der Skull weg. Und dann können wir ja so machen wie gerade. Wenn wir jetzt sagen, Text on Rock is Keke. Und dann hier das eine ist nehmen. Dann müsste doch jetzt dieser Text, gleich wenn er auf dem Stein ist, zu Keke werden. Dann haben wir Keke und Stein auf dem Skull. Der Skull dürfte verschwinden. Sehe ich das richtig? Ich sehe es richtig. Okay. Und den Rest kriegen wir jetzt genauso hin. Wie gerade. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal sagen, Rock is Push. So, Rock is Push und dann geht der Stein jetzt da rüber. Jetzt machen wir Rock is Push aus. Moment mal, kriegen wir das jetzt überhaupt hin? Das Push ist ja da in der Ecke. Das Push ist ja da in der Ecke. Wir haben hier nur drei nach oben Platz. Ah, ich glaube ich... Ah, ja. Naja, doch. Das kriegen wir hin, indem wir jetzt einfach sagen, einmal ganz kurz, Keke ist Rock. Dann haben wir nämlich zwei Steine. An der Stelle. Wo gerade nur ein Stein ist. Nein, falsch rum. Egal, geht so auch. Geht so auch. Dann machen wir jetzt halt Keke ist Push. Und dann haben wir jetzt zwei Keke ist. Das heißt, wir können einen... Beide verschwinden. Wieso verschwinden beide Keke ist? Kriegen wir Tropfen hin. Kriegen wir Tropfen hin. Dann machen wir das eben anders. So, dann schieben wir jetzt den Stein einmal durch. Zack. Und dann sagen wir... Fuck, nein. Geht gar nicht. Das geht gar nicht. Jetzt wollte ich sagen, Keke ist Rock. Und dann... Doch, doch, das geht. Ah, ich bin dumm. Doch, das geht. Das geht. Weil die Steine drücken sich ja... Nein, die Steine drücken sich gegenseitig weg. Das heißt... Oder die Keke ist jetzt in dem Fall wieder... Ich hab wieder den gleichen Fehler gemacht wie gerade. Das bedeutet, dass wir da gar nicht durchkommen, ne? Wir kommen da gar nicht durch. Wir bleiben auf dem Fließband hängen. Wie ist das Problem? Wie ist das Problem? Hätte ich das Ist nicht opfern dürfen? Ich glaube, ich hätte das Ist nicht opfern dürfen. Funktioniert das auch, wenn ich sage... So, so funktioniert das aus. So haben wir noch das zweite Ist. Wir haben aber das Keke nicht mehr. Wir haben das Keke nicht mehr. Und Rock is Push funktioniert jetzt nicht mit dem Text. Rock is Push funktioniert nicht mit dem Text. Das muss hier heißen, erst wenn der Text auf dem Stein ist, wird der Steinsbursch. Und das kriegen wir nicht hin. Wir haben zu wenig Platz nach oben für den ganzen Befehl. Das bekommen wir nicht hin. Das bekommen wir nicht hin. Das heißt, wir müssen doch mit zwei Steinen oder zwei Kekes arbeiten. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Also müssen wir doch so arbeiten. Wie kriegen wir das dann jetzt hin? Ohne dass halt beide ertrinken. Das ist halt das Miese, dass beides ertrinkt, wenn die übereinander stehen. Das ist halt das Miese, dass die Übereinander stehen. Und das ist halt das Miese, dass die übereinander stehen. Wie machen wir das? Wie bekommen wir das hin? Vor allem, weil wir nur noch ein Is haben. Jetzt müssen wir eigentlich wirklich das ja sagen. Dann Kiki ist Push. Wir kriegen hier kein On-Befehl hin, wenn wir Push brauchen, weil sowohl nach links als auch nach oben ist nicht genug Platz, um den Push herum, um da einen fünfstelligen Befehl aufzubauen. Das klappt einfach nicht. So sperren wir uns auch selber ein. Oder aus, vielmehr. In dem Fall muss man ja sagen, aussperren. Also, soweit ist das ja klar. Das Problem ist halt nur, dass halt beide sterben, wenn wir da übers Wasser gehen wollen. Das ist halt das, was problematisch macht. Beide sterben. Das hat nichts damit zu tun, dass das Kiki ist, ne? Also, das wäre jetzt ein bisschen merkwürdig, wenn ich jetzt Kiki zum Stein mache. Das ist nicht passiert. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Dass es mit einem Stein nicht passiert. Müssten auch beide Steine verschwinden. Ja, auch beide Steine verschwinden. Wie kriegen wir das jetzt hin? Hm? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir können hier sagen... Ah, Lava. Das gelbe ist Lava. Wenn wir jetzt Store-Shut aktivieren, ist... Lava-Defeat. Dann ist Lava-Defeat. Okay. Wir bringen jetzt erstmal alles nach hier oben. In Sicherheit. Was ich mich nämlich auch so ein bisschen frage, ist... Kann die Hand sich über Lava bewegen? Während sie Move ist. Das finden wir jetzt einfach mal heraus. Ah, ne. Das geht gar nicht. Wir können der Hand nicht sagen, geht nach oben. Ah, doch. Können wir. Warte. Können wir sowohl sagen. Gehen wir da hin. Dann sagen wir... Jetzt einmal nach oben. Das ist einmal nach hier unten. Ich möchte halt eben nur herausfinden, ob... So, das... Ne, das müssen wir ja am Ende nach oben schieben. Wie kriegen wir jetzt hier ein bisschen Abstand rein? Verdammt. Wir müssen Abstand zwischen die Dinger bekommen. Zwischen Hand und Baba. Wie machen wir das? Ne, ich glaube, ich bin hier sowieso auf keinen falschen Trip. Ähm, okay. Also wir müssen auf jeden Fall früher oder später hier das aktivieren, damit die Hand die Tür öffnen kann. Aber dann ist das Problem, dass wir da nicht mehr rauskommen mit Baba. Baba kommen wir da nicht mehr raus. Warte mal kurz. Wir können was anderes ausprobieren. So, jetzt kommt die Hand mal eben hier rüber. Zack. Baba geht nach da. Ich brauche hier wieder mehr Platz zwischen den beiden. So, so kriegen wir das hin. Ha, ich bin gut. Ich bin gut. So. Jetzt sagen wir... Das ist zu niedrig. Das ist zu niedrig. Das ist zu niedrig. Wie kommen wir jetzt an das... Ich möchte halt Baba zu Move machen. Wie kommen wir das hin, während wir nach oben gucken? Wir kriegen ja auch keinen On-Lava-Befehl hin. Okay, ich glaube, ich gehe hier komplett falsch ran. Äh, wisst ihr was? Wir, ähm... Ich mache hier nochmal kurz, äh... Neustart. Das ist die Ausgangssituation. Könnt ihr euch nochmal ganz genau angucken. Und, damit ihr euch selber Gedanken machen könnt. Ähm, wir sind nämlich auch schon bei der Stunde angekommen. Deswegen beenden wir das heute hier. Und wir können dann beim nächsten Mal frisch starten in dieses Level. Ähm, ich war wieder bei... Ein paar Leveln, vielleicht was langsamer. Aber, äh, wir haben trotzdem einiges geschafft heute. Bin ich sehr froh drüber. Und, äh, ich bin gespannt, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Bis dann, macht's gut. Ciao. Bis dann, macht's gut. Bis dann, macht's gut. Bis dann, macht's gut. Bis dann, macht's gut. Vielen Dank.